Wir setzen mit dem Familienbonus Plus die bisher größte Entlastung für Familien um. Rund 950.000 Familien mit etwa 1,6 Millionen Kindern erhalten bis zu 1.500 Euro pro Jahr und Kind. Und so einfach geht es. Auf der Website des Finanzministeriums das Formular E30 herunterladen und ausfüllen. Danach das ausgefüllte Formular beim Arbeitgeber abgeben. Und dieser leitet dann die weiteren Schritte ein. Schon während des Jahres reduziert sich dann die Lohnsteuer und Familien spüren bereits laufend eine Entlastung. Man kann den Bonus aber auch über die Steuererklärung bzw. die Arbeitnehmerveranlagung geltend machen. Die FPÖ garantiert mehr Fairness und Gerechtigkeit.